Über ein Jahr ist es her, dass ich die letzte Episode der befreienden Impulse für Manager veröffentlicht habe. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Es gibt eine neue Staffel und jeden Montagmorgen kommt eine neue Episode raus. Zehn neue Episoden insgesamt. Und die erste Episode, also diese hier, dürfte euch interessieren, wenn ihr euch die Frage stellt, warum eure Führungskräfte immer nur ihren eigenen Zielen nachlaufen und sich nicht für das große gemeinsame Ganze, also das Unternehmensziel einsetzen. Und das erzähle ich mal mithilfe einer kleinen Geschichte. Mein Büro, in dem ich jetzt gerade sitze und das ich lieb gewonnen habe, in dem meine tollen Lampen stehen und mein Mikro und meine Kamera und alles, was ich so brauche, damit mein Produktionsherz höher schlägt, steht neben oder an einer Straße, einer ganz kleinen Straße, die hier in der Südküste Englands quasi direkt im Meer endet. Also das Meer ist 30 Sekunden von mir entfernt. Und hier sind einige Geschäfte und Anwohner in der Umgebung, die natürlich alle so ihre jeweiligen Interessen haben. Und vor einigen Monaten kam die Gemeinde um die Ecke und hat einen neuen Vorschlag gemacht, nämlich, dass man diese Straße in eine Fußgängerzone verwandelt. Jetzt gibt es zum Beispiel das Café nebenan, das von einem meiner allerbesten Kumpels betrieben wird. Der sagt, naja, wir bieten eh nur Take-Away an. Mir wäre es am liebsten, die Autos können hier nach wie vor reinfahren, aber ich würde mir wünschen, dass die Parkgebühren erhöht werden, damit die nicht so lange bleiben und die nächsten kommen können. Der Fischen-Chips-Laden, den es natürlich auch gibt hier in Südengland, der wünscht sich das auch. Der Pub, der wünscht sich eher, dass die Parkgebühren gering sind, weil die Leute sollen ja ihr Auto stehen lassen. Aber man soll ruhig reinfahren können. Dann gibt es eine Anwaltskanzlei, der ist das irgendwie egal. Dann gibt es die Anwohner, die sagen, nee, das soll um Himmels Willen eine Fußgängerzone werden, soll ja ruhiger werden. Dann gibt es die Anwohner im Außenbezirk des Dorfes, die sagen, nee, bitte weiterhin befahrbar, weil wir wollen ja hier reinfahren an regnerischen Tagen und unseren Take-Away-Kaffee holen. Und hier gibt es gerade mal zwei Variablen, die im Spiel sind, nämlich die Fußgängerzone, also die Frage um die Fußgängerzone und die Frage um die Parkbedingungen. Wenn wir das übersetzen in den Unternehmensalltag, wo uns sechs, sieben, acht oder inzwischen teilweise 15, 20, 25, 30 Abteilungen begegnen, weil es ja jetzt für alles irgendwie ein Schief irgendwas braucht, da treffen ja noch viel mehr Interessen aufeinander. Und diese Interessen wollen natürlich alle vertreten werden. Das alleine schon sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man gemeinsam ein Unternehmensziel verfolgt. Man kann das Ganze natürlich auch noch schlimmer machen und das machen viele, indem sie noch irgendwelche Boni dranhängen, indem sie die Führungskräfte also dafür vergüten, dass sie ihre Ziele erreichen. Wenn man möchte, dass eine Führungsmannschaft zu einer echten Führungsmannschaft wird und auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet, dann ist es ganz wichtig, dass man erst mal alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Und dazu zählen die ganzen individuellen Ziele, denn die reizen die Führungskräfte logischerweise an, ihre eigenen Interessen zu verfolgen, so wie mein Kaffeekumpel um die Ecke logischerweise sich dafür einsetzen will, dass man weiterhin mit dem Auto reinfahren kann, aber möglichst viel Geld fürs Parken bezahlt. Also macht euch an das System ran, dann habt ihr auch eine Chance, dass eure Führungskräfte an einem Strang ziehen.